hallo leute und herzlich willkommen dass mich mal ganz kurz eben sehr schön mein toast ist in zwei minuten fertig sehr gut smarte toaster sind ziemlich cool liebe leute mit dem handy kann man einen toaster einfach aktivieren und der macht jetzt mein toast fertig in zwei minuten ist mein toast fertig ich freue mich schon darauf und in der zeit zeige ich euch mal smarte datenübertragung in minecraft denn was ich jetzt gerade hier mit dem handy gemacht habe das könnt ihr euch auch hier in minecraft mal angucken computer toaster router ein netzwerk herzlich willkommen zu folge 104 eure einsendung heute von simon eingesendet ein internet in minecraft ja diesmal wirklich ein internet in minecraft und zwar ein prototyp wie man in minecraft ein internet bauen kann diese einsendung hat jetzt eine etwas größere geschichte hinter sich denn der gute herr simon 3 movie er heißt hat das ganze schon mal eingesendet und dann hatte er mir das hier eingesendet und selbst ich als redstoner sagte und okay ich habe überhaupt nichts verstanden und simon 3 movie hat sich die mühe gemacht das ganze noch mal wunderschön so aufzubauen dass wir wir leihen wir menschen der sterblichkeit das ganze auch mal verstehen können und ich habe es jetzt verstanden und ich kann es euch erklären ich sage euch das ist das ist premium hier denn wir haben komponenten in minecraft wie ein computer wir haben ein toaster und wir haben ein router und die funktionieren auch miteinander so ihr müsst jetzt folgendes wissen wir haben jetzt die möglichkeit bits zu senden eine binäre daten informationen und binär bedeutet zwei das bedeutet es gibt zwei zustände einmal aus und an okay daten können aus und an sein so und wir können damit auch zahlen darstellen wir können zum beispiel halt sagen wenn wir vier lampen haben können wir viele verschiedene zahlen darstellen wir können sagen dass die lampen alle aus sind auch bekannt als 0000 das wäre dann die zahl null okay jetzt machen wir die erste lampe an eins das wäre dann die zahl eins so aber jetzt bei der zwei schon schwierig wie wollen wir denn zwei jetzt mit eins und null darstellen ganz einfach liebe leute was macht ihr wenn ihr zählt ihr rechnet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und dann habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht was passiert nach der 9 für euch klar wie kloßbrühe 10 ich meine wüsst ihr ganz genau nach der 9 kommt die 10 aber überlegt mal was passiert ihr habt eine zahl die nur aus einer ziffer besteht und sobald die 10 beginnt sind es plötzlich zwei ziffern und dann zählt hoch bis zu 99 und was kommt nach der 99 die 100 da sind es plötzlich drei ziffern das heißt immer wenn wir das limit einer mathematik also einer zahlenfolge erreicht haben wir haben zehn zahlen die 0 1 2 3 5 6 7 8 9 und sobald wir die letzte zahl erreicht haben was machen wir wir fangen wieder von vorne an die 9 springt auf eine 0 und erinnert euch noch an die grundschule übertrag ihr macht einen übertrag nach links und die zahl links davon wird plötzlich 1 und dann 2 und zählt immer weiter und das ist bei binär auch das gleiche also wir fangen rechts an zu rechnen 0 plus 1 macht 1 plus 1 wir sind jetzt schon erschöpft es gibt ja nichts weiteres mehr es gibt ja keine 2 also 0 und übertrag nach links 1 0 und 1 0 ist die 2 so jetzt können wieder 1 1 10 1 1 ist die 3 so jetzt haben wir das problem ausgeschöpft also 0 übertrag nach links 1 plus 1 ist 0 übertrag nach links und schon haben wir 1 0 0 versteht ihr und das ist die 4 dann ist das die 5 das ist die 6 das ist die 7 das ist die 8 und wie ihr seht jedes mal wenn eine von diesen lampen leuchtet ist das immer eine potenzzahl von 2 das bedeutet wenn nur diese lampe leuchtet ist das eine 1 das hier ist eine 2 das hier ist eine 4 eine 8 eine 16 eine 32 eine 64 und allein mit diesen 1 2 3 4 5 6 7 lampen können wir 127 zahlen darstellen 127 zahlen mit nur diesen paar lampen so und das ganze haben wir jetzt halt hier auch nur diesmal hat es drei mu so gebaut dass wir nur zwei lampen haben das heißt wir können vier zahlen darstellen und zwar wir können die 0 die 1 die 2 und die 3 darstellen das können wir mit zwei lampen darstellen so und wir haben jetzt folgende sache und zwar wir haben einmal ein haus okay in dem haus steht ein router in dem haus sind aber auch noch geräte und wir haben daten also haben wir drei dinge die wir übertragen wollen das seht ihr jetzt auch hier wir haben einmal data das ist also das was am ende übertragen wird an informationen dann haben wir einmal die ip adresse des gerätes vielleicht kennt ihr euch damit aus vielleicht schon mal gesehen euer computer hat irgendwie so komische ip ist der hat vielleicht eine ip 192.168.1 und dann wartet schon mal beim freuen und merkt so der computer von dem freund hat genau die gleiche ip wieso haben zwei computer genau die gleiche ip das ist die interne ip die ip die der router einem gerät gibt der router quasi an den stöpselt ihr eure geräte ran und der router der muss halt überlegen wie funktioniert das ganze und sagt okay du bist nummer eins du bist nummer zwei du bist nummer drei du bist nummer vier das macht der router mehr oder weniger okay und dann ist es natürlich so dass der internet anbieter sowas ähnliches macht mit eurem haus der gibt auch euren häuser eine ip und sagt das ist nummer eins das ist nummer zwei das ist nummer drei und auch das haben wir hier das heißt wir haben sozusagen hier steht router das ist sozusagen die ip des hauses also die zahlnummer des hauses dann haben wir die gerätnummer das ist die ip im haus und dann haben wir eigentlich den datenwert den übertragen wollen so und jetzt gucken wir uns das mal an dieser router ja dieses haus dieses ganze haus hat ja ein internet router und dieser internet router hat die ip 0 1 das ist die adresse von dem router wenn ich jetzt hier am computer bin und ich möchte vom computer daten an mein toaster schicken da muss ich erst mal sagen welchen router ich haben möchte 0 1 das ist mein router mein router der hier privat zu hause steht der hier so dann müssen wir jetzt sagen an welches gerät in die daten zu gehen sind und hier unser toaster hat die adresse 1 1 der computer hat die adresse 1 0 okay das heißt wir geben als adresse 1 1 1 also ich muss ja angeben 1 1 dieses haus router 0 1 gerät 1 1 ist der toaster und jetzt können wir unsere daten festlegen welche daten zum beispiel können wir mal eine 1 an den toaster schicken die 1 wäre zum beispiel jo toaster wenn du die date 1 bekommst 0 1 dann gehe an wenn du den datenwert 1 0 bekommst dann gehe aus und wenn du den datenwert 1 1 bekommst dann explodiere verstehst du so können wir jetzt dann also ich schicke jetzt einmal 0 1 an mein toaster und ich drücke auf go und jetzt passieren hier ganz wilde und verrückte sachen zwar die daten wandern jetzt in den router von dem router weiter an den toaster und kommen hier an ihr seht der toaster hat die daten 0 1 erhalten da waren sie gerade ok ging zu schnell machen nochmal diesmal schicken wir den explosions befehl an den router 1 1 drücken ok und es wird jetzt einen kleinen moment dauern die daten flitzen hier durch die lan kabel in minecraft und kommen hier an ihr seht die daten sind angekommen das ist für uns nicht interessant das ist jetzt eher gesagt nur debug das heißt diese lampen sind unwichtig wichtig sind für uns die data haben so jetzt ist es ja doof wenn mein toaster explodiert ich möchte dass der toaster von meinem freund explodiert mein freund wohnt in diesem haus hier und hier steht auch ein toaster dieser toaster hat auch die adresse 1 1 ist genau die gleiche adresse wie mein toaster aber das haus des freundes hat einen anderen router die adresse 1 0 das ist die adresse des toasters des routers von meinem freund das heißt ich wähle aus das haus von meinem freund 1 0 1 1 der toaster und den befehl bitte explodieren ich drücke auf den knopf und was jetzt passiert ist dass unser router nun dieses datensignal weiterleitet über unser internetsignal in das haus des freundes zu dem router des freundes und auch nur dort bei dem router des freundes kommt der datenwert an wie ihr gerade seht und das ist die verrückte sache die 3 mobile gebaut hat und zwar dieses prinzip des routers der signale weiter leiten kann und wie funktioniert das ganze das ganze basiert auf diesem system welches ich ein sky attack vielleicht verfolgt das projekt benutzt habe um daten zu schicken und zwar daten können wir ja mit stromstößen schicken und wir haben verstärker und wir können verstärker auch noch so setzen und schaut euch das mal an wir können jetzt hier mal eine kleine stromleitung machen wie ihr seht und ich kann durch diese stromleitung jetzt kleine stromstöße leiten okay und wenn ich im richtigen moment das ganze dann locke dann wird das was hier durch die leitung geschickt worden ist eingefroren wie ihr seht das ist eine timings sache das ist eine ziemlich schwere timings sache aber genau das gleiche passiert hier bei dem ding von 3mo auch ihr solltet sehen pass auf wenn ihr daten reinflitzen dann werden die gelockt diese daten und der router der kann jetzt folgendes der guckt einfach wo sollen die daten hingeschickt werden es gibt zwei mögliche ausgänge für die daten möglicher ausgang nummer a ist hier daraus möglicher ausgang nummer b ist daraus so der router kann dann quasi der eingang unten und eingang oben und der gute entscheidet soll von unten nach unten oder von unten nach oben oder von oben nach unten oder von oben nach oben dass das kann quasi der router mehr oder weniger machen das passiert ja auch also wir haben diesen router und wir gucken uns das mal an wenn ich jetzt etwas in unserem haus lasse das heißt ich wähle wieder die ip-adresse von diesem haus hier aus das ist 01 und mein toaster da ist mein toaster ich drücke jetzt hier auf den knopf go dann seht ihr die daten gehen in den router hier auf der rechten seite rein und kommen auf der linken seite wieder raus okay noch mal schauen uns das an die daten gehen in den router rein auf der rechten seite und kommen auf der linken seite raus weil der router diese daten des routers entschlüsselt hier unten hier ist quasi die codierung dort erkennt er das und weiß wo die daten hingehen wenn ich jetzt einen anderen router auswähle beispielsweise diesen router hier das ist der router 11 den können wir auch mal auswählen router hallo hallo hohr 11 und drücken jetzt auf gerund dann seht ihr die daten gehen hier rein und kommen nicht mehr raus ja wo sind jetzt unsere daten hin fragt ihr euch ja die haben das haus verlassen machen wir noch mal die daten gehen jetzt in unseren router rein und wo kommen sie raus sie kommen jetzt hier hinten raus beim hausanschluss achtung da kommen sie an wann dann nun diese ganze lange strecke und gehen in diesen router rein natürlich gehen die daten auch in den router hier rein und ein anderer router rein also die daten sind ja überall verbunden diese datenleitung geht ja überall hin das heißt die daten waren dann auch in dieses haus aber dieser router schaut sich die daten an und stellt fest die sind ja gar nicht für mich egal so und dieser router hier der sieht moment das sind daten für mich und was machte er lässt die daten durch das heißt wir senden noch mal unser signal können es auch richtig sehen zack wir senden das signal das signal geht in diesen router der router soll diese daten gar nicht bekommen aber trotzdem die daten gehen hier durch achtung da kommen sie der router erkennt die daten und sagt sich wane löscht die daten die daten werden einfach vernichtet weg damit müll braucht man nicht ja und der andere router der da hinten steht der wird ganz hellhörig denn der sagt so ja moment ja das ist jetzt aber gut das ist gut achtung da kommen die daten die daten gehen rein der router kennt das und lässt sie durch ins haus sinn einer firewall wäre an dieser stelle natürlich zu überprüfen ob die daten ins haus rein dürfen oder nicht rein dürfen mit entsprechenden portvergaben und ja also das leben ist leider super einfach und trotzdem super kompliziert denn das was ihr gerade in klein habt habt ihr hier in großen wenn ihr das ganze mal ausprobieren möchte findet ihr auf jetzt in der video beschreibung den download ihr könnt die welt mal downloaden und oh ja mein toast ist mittlerweile zu asche geworden dann gehe ich mal kurz die küche sauber machen vielen dank fürs zuschauen macht's gut bis bald und doch gott ne